Despawn! So weiter gehts! Despawn! Despawn! Alter was der Huchensohn hat so ein kleines Timing mehr Ja das konnte ich einfach nicht schießen So ein Matt Boscher Bild Ja schweiß da! Eben am hängen! Auf Ass! Na lo! Teller einfach weg! Ohne Scheiß! Was ist das denn? So! Da war aber du und so! Hallo willst du nach K? Ja ich würde nicht nein sagen Cool danke Hab ich mal Krieg wieder? Hab ich aus der Luft gecatcht Hab ich auch gewundert wie das geht Wollte eigentlich einkaufen Wollte eigentlich einkaufen Wollte eigentlich einkaufen Hopp! Drop! Ich kann droppen Ich nehm ja Ähm Ort wohl Perfekt Wollt sonst er hin? Hä? Ne! Die Langfinger ey! Ehh Bye! Have a great time! Boom! Aufm Bus! thứ 10 Wollte runtergesprungen Das waren Vide vorher runden jetzt kommt es immerhin Mrs1 vor ねぇ scher do Shy Feels grave gewesen. Aber ich habe immer gutes Timing. Außer bei CS. Und beim Fußball. Und beim Witz. Ich habe halt im Laufen einmal geschossen. Das ist ein AK, Mann. Ja, habe ich jetzt. Push, Untergrund. Untergrund. Jawohl! Oh Gott, was sehe ich hier für Ableistung? Ist alle low! Der nicht! Der nicht! Der ist absolut nicht low! Der ist auch nicht low! So, was ist das denn? Mann! Ich habe 50 und 30 gegeben. Unlucky Geist. Oh Alter, da hat mal so boh'n. Listen and repeat! Oh Alter, da hat mal so boh'n. Das hat 16 Minuten einfach die Latte geballert. BALLERG! Ballack! Tor! Boah! 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 Ballack Tor! Was war das nochmal für ne Szene mit Ballack? War das mit Deutschland-Österreich der Freistoß? Da ne? Oder der Kopfball? BOTI! Den kann er nicht halten! AHHHHH! Boah! 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 Wo schießt der? Auf Hisp-Toast! Okayy! Da ist das 6611! PEH! WTF is das схgei auf Callen? Bö! Schmeiß, machen wir was hier hin. Neiin! Er kommt alleine. Nein! Ey Junge, ich krieg so heftig geschotzt ab. Nein! Ja! Der war Standard! Er bricht auch direkt ab. So, jemand macht mit deinen Nails. Junge, Ralf bist du wie Full Tilt, weil ich dich vorführe? Nein, weil der... Ich bin beim Move gleich. Nein! K. K. Ah, nein, wir sind tot. A. Aber ich trotz nicht. Nein, du hast doch... Ich werde dich trotz nicht. Z. Ja! Ich bin bei dir. jetzt habe ich sound klar auf 300 Ich flasche ins Haus. Achso, er hat nen Kacklevel. Ich weiß wo du bist. Ich weiß nicht mal wo ich bin. Oh, warte, warte, warte. Ich hab ne Worte. Ja, hast du nicht gemacht. Wollen wir in die Clan? Ja, ich schau mal. Nein, ist gut. Das wird halt auch ne A-Spieler sein. Bütze. Bütze. Scheiße. Das ist echt so. Ganz ehrlich, ich kauf ihm nicht ab. Uh, Junge. Ich will uns nicht helfen. Weg mit dem. Haben die nie gehört, die Leiter. Ne, es wird zählt, es wird zack. Witter die Rest. Ja, zwei Schüsse hatte ich noch. Oh, du brauchst nen A-F? Einer Upper Tunnels, zwei Upper Tunnels, drei Upper Tunnels. Ja, flog ist zu dir. Was ist jetzt los? Passiert da endlich was? Der sogenannte Beast Deck. Achtung, was passiert was? Yes! Beast Deck Army. Weki hast du angemacht oder? Alter, war was los bei dir? Ich glaub ich nicht. Ich weiß. Und Arme Ja! Watt, Alter? Ja, da waren wir im VK, warte Warte, was hat dat denn? Das ist nekelhaft, Alter Ist irgendwie Hacks umsonst bei euch? Habe ich da irgendwie Sonderschlusserkopf verpasst? Ja! Ja!